Wir haben noch glaube ich jetzt ein, zwei Rennen und dann sind wir drauf durch. Weil wir haben schon 20 vor zwei. Ja, da muss man versuchen einzuladen. Ich hoffe, dass ein paar Leute dabei sind. Aber das wirst du eh nicht bei einer vollen Lobby dann. Aber bei 16 Leuten finde ich es cool halt mit mehreren Leuten zu fahren. Ich fahre als zweiter jetzt da hinterher und BB war komplett abgeschlagen. Ja. Vielleicht finden wir noch ein paar Leute. Oh nein. Was denn? Nein. Nein, Thomas. Was? Hast du das gesehen, wenn der in den Niederschlager jetzt fährt? Nö, wer denn? Ja, schau. Ja, kann ich nicht ändern. Ich bin da kein Admin. Herzhaft, ey. Wenn der Typ einmal was passiert, weißt du, dass ich raus bin. Ich hab keinen Bock auf so eine Kacke. Hä? Aber wo denn? Der ist doch gar nicht drin. Guck mal in der Anmeldung. Ah, der ist da, ja. Als Ersatzfahrer, ja. Ah, gut. Okay. Dann muss ich gerade über mich nachdenken, ob ich in der Saison noch drin bleibe in der Liga. Ja. Ja. Da musst du wissen. Hm. So. 144 gewonnen und 231 Rennen verloren, war über 300. Und das ist eigentlich eine relativ gute Quote. Das ist irgendwie 0,07er Quote oder was gewonnen. Das ist irgendwie 0,07er Quote oder was gewonnen. Und ja, wenn ich die Chance habe, nehme ich die Karre. Ah, alles gut. Du musst ja auch erstmal hier eine Unfallfreie. Da stimmt wohl. Nein. Oh, Spiel. Lass mich doch wieder neu. Was hast du jetzt gemacht? Der ist rausgerutscht. Aus dem Looping. Der ist quasi intern, als ich unten dran war. Ist der mir nach rechts weg abgebogen. Und ich stehe wieder unten am Looping. Ich bin so weit, der wäre wieder zurückgefallen. Wieder dieses... Lass mich nicht... Lass dich nicht... Lass dich nicht wiesbauen. Aber wie du aber gerade sagst. Ich lasse erstmal fehlerfrei durchkommen. Na ja, mal gucken, was drin ist. Nein! Ach! Doch nicht vor die Wand! Und... ... 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